Dann haben wir uns kurz freilassen. Also Rob an der Baseborn, der Rest mit mir bei School und dann ab zu Kerk. Also jetzt Schütze oder Schütze? Da kannst du ruhig Schießbecher nehmen, wenn du willst. Ja, wegen der Zündkiste dachte ich jetzt, vielleicht braucht ihr jetzt der Halle oder der Dr. Gernhardt-Gernhardt. Auf jeden Fall werden die mit uns gleichzeitig bei der Kirche einträgern. Und Abmarsch. Trinken nicht vergessen. Ab der Hälfte lohnt es sich, sonst rennt man langsamer. Machst du mehr Punkte? Rob, bitte.MSP auf die kleine Grünfläche bei Point of Interest 47 bringen. Hast du gehört? Ja, ich such's bloß gerade. Da ist aber nichts mehr. Das wurde straffiert. Die Ersten landen schon rechts von uns. Verstanden. Verstanden. Ja, also du musst dich genau auf 47 einfach da auf der Grünfläche nördlich davon, wo eine gute Position ist. Das ist jetzt nicht genau drauf, der Marker. Da ist alles straffiert, also da können wir nichts wollen. Also bei mir ist das nicht straffiert, nördlich von 47. Ist wahrscheinlich wieder der MSP-Wacker. Probier das erstmal da hinzustellen. Der Rest von uns ist ab in die Kirche. Herr Hedderk, willst du noch ein Zelt setzen? Ja, der Funker dann einmal zu mir. Bin zwei Sekunden hinter dir. Der Rest, Wägelung hoch. Ja, ich hör dich, ich hab's durchgegeben. Alles klar. Zelt sitzt. So, dann der Großteil von euch das Riechengebäude besetzen. Ein Medic auf jeden Fall in die Kirche, bitte. Im Süden des Friedhofs haben wir schon den Commander. Sorry. Jungs, Infanterie kommt über Attackmarker. So, dann aktiv. Die MSP ist unsperrenbar. So, Squad wieder am Boden. Die MSP ist unsperrenbar. Rob, kannst du das MSP noch weiter ein Stück nach Norden drehen? MG da unten rum im Kirchturm. So, Richtung Movemarker. Ja, da müsste es mal sein. Halt mal an. Ja, bestätigt es, es war mal. Schossen auf den MSP... Ich bin dauernd. Bin da... MSP heiß. Sie kommen auf jeden Fall... Sie kommen im Süden durch die Mauer am Friedhof. MSP nicht heiß. Verstanden. Soll ich trotzdem wegfahren? Soll ich trotzdem wegfahren? Was ist dauernd? Wir haben die Mauer. Mit der Mauer. Okay. Aber đây filmet ye jciech! Wir haben zurecht EVERY Damage. Und den kleinen, den Waldstreifen parallel zur Straße MSP nicht bauenbar Die rauchen ja alles ein Rob, kannst du bitte mit Eumel hochgehen und beim MSP gucken? Verstanden Medik Beuble Ja, ich soll zum MSP Okay, zurück, zurück zur Kirche, MSP zerstört, wir beide zurück zur Kirche, Rob und Eumel Die sind immer nach südlich Jungs, pass auf, bei Part of Interest 77 kommt jetzt Luftunterstützung runter, zwei BF kommen Wir haben den Rego qualme Ja, ich bin unterwegs, ich muss ein neues bauen Der Rest, der sich nördlich befindet, runter zur Kirche wieder, direkt Soll ich dir entgegenkommen lieber nicht, oder soll ich im Cap bleiben? Ja, bleib erstmal im Cap, ich bin auf dem Weg Meine Position Feind Meine Position Feind Nördlich von 77 Ich werde erstmal alle wieder gezielt in die Kirche bewegen und den Kirchenbereich loshalten Ich versuch's, ich versuch's Ich werde dann gleich, sobald ich unten bin, Marcelo kann dann ungefähr in 30 Sekunden sich auf dem Weg raus machen, dann werde ich wieder ein Ready setzen unten Marcelo, kommst du raus? Ja, ich komme, sie rauchen jetzt gerade wieder südlich Ja, ist markiert, Nubi Okay Einer rein Hallo, kannst du einen Rego goal setzen? Negativ Hallo, bei dir in der Nähe 50 Sekunden Erstmal alle rein in den Punkt, rein in den Punkt Wir haben zu wenig Leute in der Kirche Noch halten wir Verstanden Erstmal die Kirche sichern Wenn der Arrest geschafft hat, in die Kirche vorzurücken, gehe ich mit Marcelo zurück und setze ein Rallye, wir haben hier Infanterie close an der Kirche Soll ich einen Arrest beholen? Naja, Sekunde, ah Danke Ein Griff Wenn du, fuck, Infanterie in der Kirche, Infanterie in der Kirche Infanterie in der Kirche Infanterie in der Kirche Kannst du mir schnell Achso, Rob, ja, du kannst gleich versuchen einen MSP nachzuholen, ja, das wäre super Wohl wiederbelebt, sorry Danke Verstanden Dann hole ich einen MSP Verstanden, super, danke Jo, ähm, wo soll der hin? Soll ich einen zweiten mitbringen? Mich ist auch tot Ja, holt, holt die MSPs schonmal, ich frag grad nach den Punkten Warum ist bei uns ein RIP, Commander? Ok, ich bin, äh, tot Gut Ja, das war ne Grammade Warum ist denn bei uns ein RIP, Commander? Da kommen wir über den Sieden rein Wir haben doch gerade einen SIP, Commander Wir haben doch gerade einen SIP, Commander Das ist ein Backels Das ist ein Backels Ne, HETZER ist Commander Gut, gut Ok, hast du abklärt vorhin mit MSP, ich bin jetzt auf dem Weg Ja, verstanden, ich frag nochmal nach Ähm, Gernhard, MSP zu 0.27, bitte Verstanden Ja, sorry, dass ich grad nicht geschafft habe einen Rallye zu setzen Ja, ich, ich bin, ich warte beim Spawn auf dich Jo, wir können beide, wir können los Danke Der Rest versucht euch in der Küche festzubeißen Ähm, wie gesagt, der Rest kümmert sich um den Außenbereich Wir sichern die Kirche und den Kern Fuck Ähm, da wo unsere MSP steht Da ist feindlich in Logistik Hat dort die Straße vermint Haben die rausgeschossen Verstanden So ein bisschen weiter rechts von meiner Position ist eine feindliche Mine Ja, da sollen die, äh, Fahrzeuge in Bogen rummachen Ja, es wird, äh, ist durchgegeben Gernhard, ähm Ja, vers- Wir haben jetzt erstmal ein MSP hier vorne Versuch erstmal wieder vorne zu spawnen Wir müssen mal wieder langsam rein Von uns ist kaum einer drin Soll ich nicht bei Renkum spawnen und versuchen den MSP zurückzuholen? Ja, dann versuch das, wenn du, wenn du meinst, dass da nicht, äh, wenn du das schaffst Also wenn da nicht so viele waren Äh, ich bin mir nicht sicher Ich, ich höre hier gerade die Naht, dass die den MSP mit Granaten beschweißen Also wahrscheinlich versuchen den zu sprengen Ok, verstanden Kirche ist noch fein frei Verstanden Den Rally setzen wir hier vorne, äh, im Wasser Verstanden, bin eine Sekunde hinter dir Ja, MSP ist zerstört Zeit in der Kirche jetzt Bin da Verstanden Und wieder rein in den Cap, Jungs Ah, Squadleet verwundet vor der Kirche Der Rest weiter bitte reinpushen in die Kirche Nicht, haltet, lasst, äh, ich aufhalten Leider müssen noch in der Kirche sein Im Norden haben die eine feindliche FOB Ist auch Kirche kann massiv Infanterie in unsere Richtung Der Recoup Colosseis Verstanden Beide MSP ist zerstört Beide MSP ist zerstört Das war die Artillerie Naja Na, wir haben jetzt auch wieder keine MSP gewohnt Wir haben gerade beide zerstört Ja, uns aber er lief's auch gut Wartet, bis die Medics da sind noch Die sind jetzt schon close Ja Oh, Punkt ist neutral In der Kirche hocken welche? Der Punkt wird zurückgecappt, der Punkt wird zurückgecappt, Jungs Was? Lower Beim Defendmarker Beim Defendmarker Jungs, alle zurück zum nächsten Punkt Richtung Skull Seien die Kratzen nicht auf die Tür Seien die Kratzen nicht auf die Tür Wir sind weg War Skull liegt schon Unter Artilleriefeuer Verstanden Ich spawne jetzt gleich bei euch und dann geh ich mit Unsere Jungs bitte die Gebäude im Close-Bereich besetzen Ach Quatsch, der Rest Marcelo Funker bitte gleich mit mir Richtung Norden Verstanden Wir haben schon Fangkräfte an der Schule Olure Ja, ich muss mich noch aufstehen Ich frage die Tür Ich mache für dich und lass uns ein Stück laufen da links in dem Gebäude ist ein ganz guter Platz wo ist ein guter Platz? links, gleich links ja, verstanden jungs, verteilt euch schön in den Gebäuden rund ums Ruhl nicht alle in einem Gebäude, verteilt euch am besten jeder in eins sodass die von jeder Ecke aus einen in die Besse kriegen ey Warlock, hast du nicht gehört? oder wachlo, wachlo, sorry, ich bin scheiße mit Namen so Ich kann dann erstmal die Position beibehalten Die Position beibehalten Es ist ja gar keiner in school drin. Ja, aktuell sind wir ja noch relativ alleine, aber er soll erstmal Position beibehalten. Man kann auch weiterentführen. Tiefen, Tiefen, Tiefen! Es ist nicht nur noch, wo wir werden, dass du nicht die Riefer so machst. Radio Refresher Kommt das auch aus dem Osten? Einwand bitte zu mir, Marcelo eben und hier die Hütung aufschwaufeln Ich komme Knecht, hinter deiner Seite Herr Jungs, entfernt euch nicht zu weit aus dem Wehrbereich, bleibt bitte drin Der Fussgott wieder verwundet durch Artillerie Fussgott wieder verwundet durch Artillerie Ah, wir bräuchten was mit Hängt dran, wartet auf die Medics, wir haben grad Zeit dafür Die sehen doch schon wieder böse aus Geht erstmal in Deckung, kommt in die Gebäude Dank dir Okay Jungs, so wie wir gerade wieder in den Gebäuden verschanzen, Deckung vor den Artillerie schlägen nehmen Kontakte kommen wahrscheinlich von End of Interest 70 rüber Also mal drei Augen bitte Richtung 70 rüber Der Rest Sägen Der Rest Warte, ich bin mir schon dir entgegengekommen Ich bin gerade unter Beschuss Ich bin verwundet, ja Irgendwo im Bereich des Hitmarkers, pass da auf All ready is refreshed All right Jungs achtet auch mal so mit einem halben Auge Richtung Süden, ich habe da gerade zwei Mann aus Süden erwischt, kann sein, dass da noch mehr kommt. Was ist das für ein Fahrzeug, was man da hört? Das ist ein Feindpanzer, hier der Churchill, äh, Crummel. Der ist nördlich von uns, ne? Ne, da ist der Southcar, beziehungsweise nördlich oder andersrum. Kontakt, verstanden, wird durchgegeben. Ja, das bestätigt, die sind jetzt am Rally dran. Ready, ist clear. Darf ich mir hochkommen? Negativ, ich glaube, das waren nur zwei, zwei Stück habe ich hier. Ja, Feind an meiner Position, ich bin gerade down gegangen. Feind mit zwei, ganz gut. Pass auf, pass auf, pass auf. Wie sieht der Punkt aus? Soll ich runterkommen oder sauber ran? Auf jeden Fall, ich bin auch da. Der ist, das heißt Daniel, genau auf den gehörte, wo ich ihn kicke und gucke. Rob und Rally, äh, Quatsch, doch, Rob und Rally, wie sieht der Cap aus? Ich bin da unten. Ja, es wird gecappt. Verstanden. Direkt an der Kreuzung, Fentichabhahn. Jungs, versucht in den Punkt einzudrücken. Zur Not, schlag, parken und geht runter. Ich warte noch 18 Sekunden am Rally und refresh den eben. Ja, warte, ich komme auch. Ich bin da. Alles klar, dann los. Verstanden. Rally ist heiß. Okay, Jungs, jetzt wieder zurück zur School. So schnell wie es geht. Die Kontakte hier im Dornen sind neutralisiert. Aber wir haben auch zurückgehobert. Aber jetzt fangen Sie wieder an. Verstanden. Wir haben schon Kontakte oben im Bahnhof heute, Jungs. Wir haben schon Kontakte oben im Bahnhof heute, Jungs. Jungs, achtet auf die Position bei mir an dem Bahnhofsgebäude. Da sind Kontakte in der Nähe. Ziemlich close, 50 Meter. Ja, südlicher Schüler kommen Sie jetzt auch wieder rein. Ich komme jetzt rein. Jungs, versucht euch wieder in den Gebäuden etwas südlich von School zu verteilen. Die kommen unten rein, die kommen unten rein. Unten in der Schule kommen Sie rein. Ich bin hier! Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier! Ja, ich bin hier! Ja, okay. Danke. Hey, Doc, wenn du gleich wieder belitt, refresh. Ja, ist refreshed. Jungs, versucht euch zu verteilen. Verteilt euch in die Gebäude, nicht alle in einem Haus. Das geht. Oh, Landi, danke. Alter, sind die gut. Die gehen immer gleich vor, erst Artillerische Schläger und dann kommen sie. Ja. Deswegen, versucht ab jetzt in den Gebäuden zu bleiben, dass wir sicher sind von der Artillerie. Wenn die es jetzt nochmal schaffen, uns mit einem Artillerieschlag wegzuholen, dann haben wir echt Probleme gleich. Wo bleiben unsere Tickets bloß alle? Verstanden. Äh, Nubi, versuch dich mal zurückzuziehen und in unseren Punkt zurückzukommen. Beziehungsweise, wenn du es ganz versuchst, sie aufzuhalten oder lass einfach nur verzögern. Ja, verdammt. Also, Point of Interest 6, da hocken sie. Verstanden. Ready, bei einer Minute. Jungs, Augen Richtung Osten, da kommt wohl auch was auf uns zu. Augen, Marcelo. Refreshen, ich bin auf dem Weg zu die... Es wird alles nicht erst mal schlafen können. Ja, das ist wie frisch. Ich trinke alles, danach komme ich. Jungs Jungs versucht zurück zum Punkt zu kommen, wir kriegen jetzt was aus dem Osten Jo, wahrscheinlich Aus Bereich Deckmarker Vorgehen wie gerade, wieder schön in den Gebäuden verteilen, das hat gerade super funktioniert, das machen wir nochmal Ja, die Nebeln hier im Süden gerade wieder alles ein Jungs geht in Deckung, es kommt wieder zu viel Artillerie runter Spire eines 30 Sekunden Oh ja, verstanden, ich komm zu dir Ich komm dir entlegen Ja, Panzer südwestlich Ja, Markierung passt Ja, Schatz Ja, ich komm dir Hier Ich komm dir Ja, ich komm dir Ja, ich komm dir In bedriff Wirklich Das ist Eumel vor die rechte hast du erwischt Alter, danke Kontaktarme, Tegmarker Kontaktarme, Tegmarker Achtung, da ist ich Eumel, bei dir wird gleich einer kommen Ja, ich kann den Rally erst in 17 Sekunden refreshen Bleib mal bei dir Marcelo Aber die nutzen auch beim Vorgehen die Deckung der Häuser perfekt Already refreshed Deswegen müssen wir uns hier wirklich breit verteilen in den Gebäuden wirklich ein Mann pro Haus und dann die Augen überall hin Auf was ist Qualität? Da sind einige Verstanden Direkt in der Zaubergeleine Auch ein Zaubergeleine Auch ein Zaubergeleine Armin, hinter dir? Da kam eine Granate angeflattert Krass, Alter Armin, lebst du noch? Hey, fuck Jungs, Infanterie bei uns am Punkt Orientiert euch mal kurz im Osten Jungs, Infanterie bei dir? Ich bin halt Ich bleib noch kurz am Rallye und warte darauf, dass ich ihn refreshen kann. Bisher super Arbeit Jungs, war wieder schön in den Gebäuden verteilen. Oh, Rallye, refresh. Rallye ist heiß im Norden Rallye liegt oben Ein bisschen ausruhen Geil, danke Danke Medik liegt oben Südlich von Eume sind wieder welche Direkt bei den Gebäuden Danke Südwestlich von Anfang 75 Jungs, wir kriegen jetzt wahrscheinlich von Norden einen auf die Eier Point of interest 98 soll wohl besetzt sein die Gebäudereihe Ich lieg unten Mist wir haben keinen Rallye, ah fuck Ja ich muss darauf warten, dass ich revivet werde, sonst kann ich euch keinen Rallye setzen Die haben jetzt den Nachschub am Norden abgeschnitten Ist noch jemand in der Capsule? Ja bin ich Wie sieht der Punkt aus Rallye? Wir halten, wir halten, jetzt wird gecappt Verstanden Jungs, geht Richtung Point 80 Hallo, wie siehts aus? Ist gleich neutral Verstanden Fuck Danke, Sunny Ich glaub wir können uns zurückziehen, der Punkt ist verloren, oder Rallye? Ja wahrscheinlich, bin ich auch tot Ja verstanden Dann Zurück zu Laura Jungs, zurück zu Laura Hat keinen Sinn, das hätten wir jetzt nicht mehr geschafft Rallye, versuch noch so viel zu nehmen da wie du kannst Ja, mich hat's schon erwischt Verdammt Wir werden also aufgrund der Tickets verlieren, denke ich Ja, wenn, dann sowieso Das ist immer so bisher gewesen Auch bei Lawrider, äh, wir verteidigen den Kern Jup Der Rest, dich schon mal Punkte suchen, äh, Marcelo, bitte bitte Richtung Norden, dann setzen wir mal wieder in Rallye Verstanden Dann 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 die gebäude verteilen und in die bunker die bereitstehen das gebäude hier gleich rechtlich schon ja oder auch hinter uns das bis gut durch danke danke wie ist die allgemeine stimmung weiter beschaffen die stimmung ist nicht ganz so gut aber wir werden gewinnen werden wir das was werden wir gewinnen wer hat gute Faune also Südost Nordosten 56 Grad habe ich einen feindlichen MSP gesehen Pferdrichen Nord mit 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 Das war's für heute. Am Feind Infantrie im Norden. Wiederhole. Wenn ich was nicht mitkriege, quatsch mich ruhig öfter an oder sag meinen Namen, sonst kriege ich das nicht immer mit. Im Trotty-Chat ist viel lobe. Am Norden ist auf jeden Fall Infantrie bei den Flugzeugen, wenn du im Fernglas guckst. Verstanden, ich schau nach. Ja, da wo die Leuchtspur hingeht, ne? Ja. Ja. Ja, verstanden. Eumel, soll ich Einweiser für dich machen? Ich hab ja Glass dabei. Rally ist heiß. Ne, ich guck selber, also, ich seh halt nischt. Okay, verstanden. Na, Vorsicht, da bei euch. Ja, doch, schießt gerade ein Panzer auf euch. Unser Rally ist auch nichts mehr, Jungs. Ja. Habe ich gesagt. Danke. Ja, ist verstanden, Nubi. Okay. Ja, wir haben hinter dem Rally im Footcar. Verstanden, okay, Rally wieder frei. Okay. Ich hab ihn halt ab. Sauber. Ja, ich war gerade anderweitig beschäftigt. Vorsicht, da schießt Panzer auf dich. Bleib unten. Ja, Fahrzeug nördlich von euch ist markiert mit Mechanized. Ich glaub, das ist ein Daimler-Car. Ah, ist noch ein bisschen weiter. Weiter Richtung Point of Interest 18. Verstanden. Wir müssen ihn refreshen. Ja, ich mach sofort. Eumel holt mich jetzt wieder. Dann muss er eben zu meiner Position kommen. Ich komme. Er ist refreshen. Dann wieder zurück in die Gebäude, Jungs. Wir haben Rauch im Rücken. Wir stehen hier zu frei. Granatenrauch. Rauch geht close auf. Close aus Richtung Süd. Ich glaub, das war Artillerie-Rauch, der hier aufgegangen ist. Ich glaub, das war Artillerie-Rauch, der hier aufgegangen ist. Ja, mich hat's auch erwischt. Wieviel Mann leben von uns noch im Camp? Eins, zwei, drei, vier Stück, ne? Ich danke dir. Malta, wir brauchen nur unterstützen. Soll ich Unterstützung an vorne? Ich hab's erwischt. Ich weiß gar nicht, ob das Granaten waren oder Artillerie. Ja, wir haben noch keine Kontakte. Also ich hatte jetzt noch keine Kontakte gesichtet. Wir sind... Refresh gleich mal, wenn du geholt wirst. Ich kann erst in 14 Sekunden refreshen, mach ich ihn sofort. Ich hab hier... Alles ankommen? Ja, close, irgendwo. Ja, der Kontakt hier im Norden wurde neutralisiert. Ich hab hier drei Mann wegholt. Entschuldigung, Herr Dock an deinem Haus finden. Verstanden. Hier ist ja einer von oben. Hier kommt noch raus. Könnt ein G-Mot sein. Aaaaaaaaaaah. Aaaaaaah. Oah, Wichtfuchs, aah. Aaaaah. Aaaaaaah. Ihr seid unter MG Feuern. Teilher ist gefühlt hier am Aim-Bot. die sind schon ziemlich krass drauf krass so krass und schon getroffen es hat er mich noch erwähnt er liegt noch hinter dir, du musst noch mal refreshen verstanden, ja ich habe hier gerade bei mir heftigen Infantrie-Kontakt, scheiße Jungs passt auf meine Position, da kommt Infantrie rein also ich schaff nicht mehr rechtzeitig ja ich auch nicht wir müssen an dem MSP rein spawnen der MSP da ist also der nördliche ja genau Achtet auf 57, da kamen gerade echt viele ich habe da zwar welche weggeholt aber ich glaube da kommen immer noch mehr also Augenrichtung 57 Feindlicher Panzer auf 4 Grad im Norden der Rest wieder schön in den Gebäuden verteilen ich setze euch einen neuen ready Feindlicher Panzer auf 4 Grad im Norden verstanden, er ist direkt vor mir ja ja höre ja höre ja ich sag Bescheid danke aber Jungs, Rego Call sitzt er schifft die gleiche ganz schön wieder den gleichen Sunny ist und ich liegt da direkt am Zelt ein mit dem es war ganz ab Jungs versucht zurück zu Laura zu kommen, bitte schnellstmöglich, der Punkt ist noch sauber aber zur Not versucht vom MSP zu laufen der Weg müsste eigentlich hier runter sauber sein Jungs, direkt hier runter, nicht oben lange aufhalten lassen Exit Exit Ok, wir ketten zurück Nubi, kannst du auch direkt mit runter kommen, wir brauchen dich hier unten Verstanden Feindlich hast du die Panzer 24 Grad im Süden Du bist immer mein Retter Die verteilen aber auch an Jo Wir werden gecapt Wie, es wird gecapt, ja Gleich neutral, ja Wie, es wird hier richtig die Welt runter, Mann Wie, es wird hier richtig die Welt runter, Mann Jungs, versucht ne Haken Richtung Süden zu schlagen und dann von Südost, äh, von Südost in den Punkt rein zu drücken Wir haben, kriegen da oben zu sehr einen auf die Fresse Also grob Richtung, grob Richtung Mufacker und dann Haken schlagen versuchen Schaffts noch mehr zu mir ins Gebäude? Wir haben noch 71 Tickets, wir müssen auf Zeit spielen Ja, wir müssen das dann unbedingt halten Ja, verstanden, also Achein Ja Ja Jungs, sauber, wieder versuchen gleich, wenn ihr gespannt seid, runter in den Punkt zu kommen. Gebäude besetzen, bitte. Die Jungs, versucht runter zu mir zu kommen und das Gebäude bei mir und gegenüber der Straße zu besetzen. Bei mir Techmarker, das Gebäude auch zu zwei Mann rein, bitte. Danke, Sunny. Und die Medics versucht, bitte jetzt in der heißen Phase am Leben zu bleiben. Ihr seid jetzt gerade echt immens wichtig. Adi, es kommt jetzt aus dem Süden, du hast Sculptor. Oh, danke. Danke. Ready, unter 1.30. Verstanden. Es ist refreshed, danke für die Erinnerung. Nach sieben Minuten müssen wir das durchhalten. Jo, dann schaffen wir Jungs. Achtung, Kontakte aus Richtung Techmarker. Wir kriegen Kontakte im Südosten. Wir kriegen Kontakte im Südosten. Gute Arbeit. Achtung, Jungs. Kontakte Richtung Südosten. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Danke für die Erinnerung. Ja, genau da sind die Straße runter, sind die gerade rübergelaufen. Ja, check. Ich versuche mal einen Blick zu riskieren, Jungs. Jungs bleibt hier hinten, ich versuche einmal vorzugehen. Der massivste Feinde aus Südwesten. Ich versuche mal einen Blick zuerst, ich versuche mal einen Blick zuerst. also ein Blick zuerst, ich versuche mal ein Blick zuerst, ich versuche mal einen Blick zuerst. Gute Arbeit. Ich versuche mal einen Blick zuerst. Jungs, jetzt nicht mehr respawn, nicht mehr respawn, lasst euch versuchen von den Medics wiederzuholen, nur noch die Medics respawnen Von uns Keiner gibt mehr auf, keiner gibt mehr auf, ihr lasst euch nur noch wiederholen Wir haben einen Scharfschritt in Norden, hier Räume, schaffst du es zu mir? Ja, ich bitte zu euch zu kommen, ich habe hier nur auch schon die Hände voll zu tun Verstanden Ja, dann revive alles was geht, erstmal das was du da hast Danke Jungs, keiner respawnen mehr, keiner respawnen Ja, ich weiß, aber nur noch mal zur Erinnerung, ich weite nicht, dass ihr das macht, alles gut Also ich bin ganz gut, ich glaube ich war auch komplett tot Die pushen jetzt gerade aus der Nordseite der Straße Bei Knisterich unten im Gebäude sind sie Fünf Minuten noch und vier Tickets Bravo, ich hole dich gleich Ah, schade Ah, das war knapp Gut, aber GG und ist super, aber GG Kopf hoch GG 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 Ganz oft, mehr Kills habe ich nicht War zu an die Scheiße, das hat die ganze Zeit Platsch gemacht bei mir Gute Runde Na da Schönes Spiel, super Arbeit Jungs Ja, schade, sag's mal Schade, genau, schade, dass es so knapp war Wollte noch eine kurze Nachbesprechung machen So, Squad intern